Hallo und herzlich willkommen bei Auf'n Kaffee, dem Podcast zum Wohnzimmergottesdienst der kreativen Kirche. Du siehst uns jetzt hier gerade vielleicht auf YouTube oder du hörst uns über den Podcast-Anbieter deiner Wahl. Wir haben das System hier ein bisschen umgestellt. Früher war es so, dass dieser Podcast direkt nach dem Wohnzimmergottesdienst auf YouTube erschienen ist. Und jetzt senden wir dieses Format als eigenständiges Format. Du kannst uns auf YouTube sehen oder als Podcast einfach nur hören. Ja, wen hörst du eigentlich? Das ist die Stimme von Julia, ehrenamtlich bei der kreativen Kirche und sonst im Hauptberuf Sozialarbeiterin und hochidentifizierte Diakonin. Ja. Und mein Name ist Matthias Kleibömer, ich bin der Community-Pastor der kreativen Kirche. Und unser Thema heute ist... Ist Gott begegnet auf realistisch. Matze, warum diese Folge? Nimm uns mal mit rein. Was ist der Hintergrund? Warum brauchen wir das? Warum müssen wir darüber sprechen, wie wir Gott realistisch begegnen können? Ja, ich glaube, das ist das wesentliche Top-Mega-Thema für Christinnen und Christen. Ich kann dir auch sagen, warum. Ich glaube, jetzt, wo wir in so einer Zeit leben, wo man nicht mehr aus Tradition in die Kirche geht oder aus Gewohnheit oder so, sondern wo man sich bewusst dazu entscheidet, gibt es eigentlich nur zwei Motivationen. Entweder dir ist Gott begegnet und hat irgendetwas verändert in deinem Leben oder du hast die Sehnsucht danach. Ja. Deswegen glaube ich, es ist eigentlich das super zentrale Thema, was die Motivation angeht, sich wahrscheinlich auch dem Podcast anzuhören. Ja, auf jeden Fall. Und warum dieses Ding mit realistisch? Ja, wer nicht damit rechnet, dass ihm Gott begegnen kann, der ist kein Realist. Sagst du jetzt so. Sag ich jetzt so. Ja, wir sind ja auf das Thema gekommen, weil wir eine Predigt dazu gehört haben von unserem Johannes, die Predigt gibt es auch auf dem Kanal der Kreativen Kirche, Wohnzimmergottesdienst. Und er hat ja gesagt, die Begegnung mit Gott ist realistisch, weil, und jetzt kann ich an der Stelle nicht weitermachen, denn wir haben ja unser eigenes Stufenmodell entwickelt. Das Riesengroße. Wir müssen das wirklich, also der Größe entsprechend auch hier ankündigen, finde ich. Ja, finde ich auch. Also ich finde es auch schwierig, fast in Worte zu fassen. Ja. Achtung, Trommelwirbel, warte. Ja, warte. Ja. Wir präsentieren das Gottesbegegnungsstufenmodell nach Matze und Julia. Genau, wenig Theologie, viel Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. So wollen wir es angehen. Ja. Das heißt, wir haben uns einfach Gedanken gemacht, wo haben wir eigentlich das Gefühl gehabt, dass uns Gott begegnet ist. Und wir haben vier Stufen herausgefunden, die man vielleicht nicht so durchschreiten muss, aber die praktisch in der Intensität steigen. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen mal mit der ersten Stufe. Stufe 1. Und wir haben verabredet, Julia lässt sich jedes Mal ein neues Jingle dafür einfallen. Okay. Stufe 1. Die Begegnung mit Gott in der Liebe. Das war ja eine These aus der Predigt, die wir gehört haben. Gott ist die Liebe und deswegen begegnet uns Gott immer dann, wenn wir Liebe erleben. Und das ist ein Punkt, wo das Modell nach Matze und Julia sagt, stimmt. Geht ja auch so, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich kenne ganz viele Menschen, wo ich so denke, boah, dass die so gut zu mir sind oder jetzt in diesem Moment bei mir sind oder genau das gesagt haben, da merke ich, das kann kein Zufall sein irgendwie. Und da merke ich ganz oft Gott, der mir Menschen an die Seiten stellt. Links und rechts und oben und unten, da weiß ich einfach, okay, da fühle ich mich getragen und begleitet. Und das ist für mich ganz nah und erfahrbar, dass Gott dann da ist, weil er durch diese Menschen zu mir spricht. Und wie kommt dir diese Gewissheit? Wie kommt mir diese, also ich glaube halt, wenn du durch so eine richtige Krise gehst, dann kannst du ja daran verzweifeln. Wenn du aber im richtigen Moment die richtige Person an deiner Seite hast, obwohl du dich manchmal benimmst wie eine offene Hose, obwohl du, also ich ganz oft einfach auch nicht aus meiner Haut kann und wirklich auch manchmal schwer zu handeln bin, würde ich sagen, dann kann ich mir immer nicht vorstellen, dass das Menschen aus freien Stücken einfach so machen will. Da glaube ich an eine übernatürliche Kraft, die diese Menschen mit ganz viel Geduld segnet. Und ja, Gott, der da seine Hände im Spiel hat, kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Und bei dir? Ja, ist bei mir so ähnlich. Also, dass ich schon denke, das ist jetzt so wunderbar in dem Moment, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das nicht von Gott sein kann. Also, das ist ja so, dass man jetzt Menschen wirklich liebt. Nicht nur schwärmt oder so, sondern wirklich liebt und dann auch schwere Zeiten miteinander durchsteht, auch komplizierte Zeiten und so. Und dann, und auch trotz unterschiedlicher Meinungen nicht auseinander geht und Widersprüche aushält und dieses alles. Das ist ja so ein seltenes Geschenk. Und das, ja, ich habe dann, also, ich habe das auch manchmal, dass ich dann so in der Situation praktisch wie so einer, also würde ich mich quasi gerade im Moment von außen sehen. Und so nach dem Motto, jetzt guck dir das mal wirklich an, was gerade hier passiert, dass ich das erleben kann, das ist doch Gnade. Das sind so Momente, da hast du irgendwie als Jugendlicher mal von geträumt, dass dir sowas begegnet, dass du einen Menschen findest, mit dem du dein Leben teilen kannst oder so. Auch Freunde findest zum Beispiel. Und dann bist du in der zweiten Lebenshälfte irgendwie und ja, es ist tatsächlich passiert. Und das ist so wunderbar, gerade weil ich so oft auch erlebe, dass das nicht funktioniert. Ja. Ja, und das ist dann eigentlich, das ist ja dann eigentlich der Punkt, wo das dann halt so manchmal so unrealistisch ist, dass man selber so ein Glück hat irgendwie. Und das ist der Punkt, wo ich denke, okay, das ist ein Geschenk und das hat nichts mit Zufall zu tun. Das ist Gott, der da wirkt und mir begegnen möchte. Ja. Jetzt gibt es ja auch Kritiker, die sagen, das ist Glaube und so weiter, gibt es nicht. Die sagen dann immer sofort, ja, was ist denn dann aber, wenn du genau das nicht spürst? Ist das dann auch Gott gewesen? Also wenn ich jetzt nicht spüren würde. Ja genau, also wo ist Gott dann, wenn du das nicht erlebst? Na gut, dann ist es vielleicht nicht unbedingt diese Liebesdimensionen, der sich mir zeigt oder so. Also aber ich glaube, nur weil ich das nicht unbedingt wahrnehmen kann, heißt das ja nicht, dass Gott nicht wirkt in meinem Leben. Und das ist das Ding, also wenn ich halt die ganze Zeit die Augen zumache und auch das ist oft genug vorgekommen, kommt auch immer noch vor. Ja, kenne ich auch. Und dann sage ich, oh Gott, jetzt könntest du auch mal dich jetzt hier sehen lassen, irgendwie, das wäre schon echt gut. Und dann irgendwann denke ich so, ach so, ja, sorry, ich war ja die ganze Zeit da. Ja genau, und ich finde auch, man darf auch solche Gelegenheiten, wo man Liebe erlebt, genießen, ohne sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich, wenn das nicht ist. Weißt du, wie ich meine? Also das sind schon so Momente, wo ich denke, nee, ich will jetzt gar nicht drüber nachdenken, weil das ist keine intellektuelle Sache, sondern das ist jetzt der Moment, wo ich das einfach genießen möchte. Und ich will mich der Frage gar nicht stellen. Boah, ist das bei dir manchmal auch so? Ich denke gerade irgendwie auf eine andere Ebene, wenn, also ich, ganz oft habe ich so Momente, wo ich so denke, boah, habe ich ein Glück, boah, bin ich gesegnet, boah, ist das, ist das schön, wie du das gerade beschrieben hast. Und ganz oft denke ich auch, boah, wenn ich irgendwie so Leid erlebe oder sehe, irgendwas passiert oder ich gucke einen traurigen Film und so, dann denke ich so, boah. Und das ist so, es tut mir so unendlich leid für die Menschen und dann fühle ich mich noch mehr selber beschenkt. Geht dir das auch so oder ist das nur bei mir so? Ja, es macht demütig. Ich fühle mich dann nicht beschenkt in dem Augenblick, würde ich sagen, es macht mich, es macht mich demütig und erinnert mich daran, dass das geschenktes Leben nicht nur heißt, diese großartigen Dinge zu erleben, sondern auch den Alltag hinzubekommen zum Beispiel. Oder etwas gestalten zu können, Freiheit zu erleben. Ich würde es eher so demütig nennen. Weise Worte, Herr Klein. Ja, nein, gar nicht. Lass mal. Lass uns mal zur zweiten Stufe kommen, der Gottesbegegnung. Die zweite Stufe und das Jingle. Sehr gut. Und zwar in der Nähe Gottes sein, haben wir die genannt. Ja. Also einfach das Gefühl zu haben, okay, Gott ist jetzt nah. Habe ich. Öfter schon gehabt. Ganz oft auch. In Gottesdiensten. Wenn ich selber mitsinge oder auf der Bühne den Lobpreis anleite und das Gefühl habe, dass da eine Resonanz erzeugt wird im Raum, dass da eine Gemeinschaft ist und so. Und dann stelle ich mir oft vor, okay, weißt du was, einer sitzt jetzt hier. Und einer stiftet das jetzt alles, dass wir hier zusammen sind und das Gott. Also der sitzt jetzt mitten hier. Und manchmal steht der auch so, wenn ich irgendwie bete oder ein Gedanken zum Song kommt oder zu einem Bibelfers kommt irgendwie. Dann habe ich mir immer so wirklich das Gefühl, okay, das ist jetzt kein Ding in so einem luftleeren Raum, sondern ich weiß, der ist jetzt wirklich next to me. Heilige Momente. Oder, oh, Entschuldigung. Sag ruhig. Oder, das hat vielleicht jeder auch schon mal gehabt, du kommst in so eine Kirche, die du dir im Urlaub irgendwo anguckst und so und dann fällt so das Licht durch das Fenster. Ja, ja, ja. Und denkst so, oh, kriegst dich heiliger Moment auf. Ja, heiliger Moment. Hat bei mir oft mit Musik zu tun. Ich stehe ja nicht zum Singen auf der Bühne, wie du weißt. Schade. Hat auch seinen Grund. Aber es hat häufig mit Musik zu tun, aber es ist nicht immer. Manchmal auch in Predigten habe ich es schon erlebt. Also, wenn jemand wirklich die Menschen in so eine heilige Atmosphäre geführt hat oder Gott dahin geführt hat oder ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Also, es ist für mich ein bisschen so, wie zu den Füßen Jesu sitzen. Also, wenn man sich das vorstellt bei den Jüngerinnen und Jüngern, bei den Schülerinnen und Schülern, dass es einfach so eine heilsame Gegenwart gibt. Und das habe ich ja zum Beispiel auch schon erlebt in der Natur. Aber jetzt nicht so, wenn ich jetzt so ganz erhabene Momente habe, die halt irgendwie, ich sage mal, jetzt ein tolles Bergmassiv oder ein tolles Panorama oder so. Sondern das erlebe ich auch dann, wenn ich da alleine bin. Also, wenn ich dann irgendwie eine Fahrradtour mache oder so und dann mit einmal habe ich so einen Gedanken, halte ich an irgendwie. Und dann, ja, das kann sehr, das kann echt heilig werden. Du bist auch so ein Typ, der alleine so mal losstiefelt, ne? Nee, nicht so häufig, aber ich muss ja immer Fahrrad fahren, weil ich ein kaputtes Knie habe. Ich bin ja dazu verdammt. Ja, ich habe auch mal gehört, dass Ausdauersport einem helfen kann. In so eine meditative Atmosphäre zu kommen. Aber ich ist natürlich kein Garant dafür, sondern das kann einem helfen. Aber dass sich Gott dann zeigt, das ist ja halt ein Geschenk. Und ich finde es wunderbar. Ich weiß aber auch, dass du die Natur als einen Bereich erlebst, der mit Gott gar nichts zu tun hat. Also für mich ist Natur sehr feindlich. Ich finde es nicht so schön, in der Natur zu sein. Ja, haben wir schon erlebt beim Wohnzimmergottesdienst Community, Wochenende im Kloster Volkenroder, bei der Wanderung im Wald, an die ich noch sehr gerne denke. Ja. Nur nicht so. Nee, also ich finde da gar nichts schön dran. Ich habe auch Angst. Du hast auch gar nicht die passenden Schuhe, wenn ich dir das mal sagen darf. Ja. Du gehst da in so komischen Turnschläppchen durch so Morass, das funktioniert ja auch nicht. Ja, erst mal muss das gut aussehen. Das ist ja schon mal das Erste beim Wandern und so, dass das einfach auch alles immer nicht so schön aussieht. Da bin ich ja auch wirklich ehrlich. Und dann da irgendwo her zu kraxeln, irgendwelchen komischen. Also wer sagt mir denn, nur weil da jetzt ein rotes X an diesem Baum ist, dass das auch wirklich der Weg ist. Wenn das da steil abgeht und matschig ist, ist es nicht sehr sicher. Ja, also gut. Ich meine, ein Nahtoderlebnis kann auch eine Gotteserfahrung sein, aber leg es nicht drauf an. Ja, daran sieht man ja, es gibt ja schon auch dieses, also für diese Art der Gottesbegegnung muss man sich sicher fühlen. Ja. Ich glaube, es hat damit zu tun, sich fallen zu lassen. Und deswegen wird dir das in der Natur so nicht begegnen. Und wenn man sowas sucht, dann muss man sich in Situationen geben, in denen man sich auch wohlfühlt. Dann ist es sicherlich leichter. Ja, voll. Also für diese Art der Gottesbegegnung. Ich glaube auch. Also natürlich, wenn ich jetzt irgendwie abends mit Freunden am Meer sitze, irgendwie so am Strand und so, dann denke ich auch immer, krass, wie unendlich klein wir sind und so. Dann wird mir diese Macht von Natur und so natürlich auch bewusst, so wie jedem anderen Menschen wahrscheinlich irgendwie auch. Aber in so einem Wald weiß ich nicht. Kommen wir zur dritten Stufe der Gottesbegegnung im Gottesbegegnungsstufenmodell nach Matze und Julia. Die dritte Stufe. Ka-ching! Die Dinge werden immer besser, Julia. Ja. Es geht um das Wirken Gottes. Ja. Das war dein Punkt. Das war mein Punkt. Ja, sag mal. Ja, ich finde, dass Gott in dem, wie er wirkt, ganz, ganz krass erfahrbar wird. Und ich habe da eine sehr persönliche Geschichte zu. Und zwar habe ich eine nahe Angehörige, die so nicht zur Welt kommen sollte, weil die Schwangerschaft sehr, einfach sehr, sehr schwierig war und eigentlich nicht klar war, okay, da findet jetzt eine Geburt statt. Da, dieses Kind kommt wirklich zur Welt. Und wir haben an einem Punkt da gestanden, haben überlegt, feiern wir jetzt eine Babyparty oder planen wir jetzt eine Beerdigung? Vor der Geburt. Ja, ja, genau. Und haben tatsächlich auch schon mit dem Pfarrer gesprochen und so. Und das war schon alles sehr, sehr dramatisch. Und da wurden höchste medizinische Instanzen angesprochen, weil es keinen weiteren Fall in Deutschland gab, wo das halt medizinisch so passiert ist. Und weil das alles sehr, sehr ernst war. Und dann kam dieses Kind zur Welt. Aber wir wussten halt vorher nicht, ist es jetzt so, dass sie leben wird? Ist es jetzt so, dass sie ein Leben ohne eine Behinderung führen wird? Und wir wussten auch nicht, wie lange wird sie leben? So, das war halt vorher gar nicht klar. Und da habe ich echt so gedacht, boah, das ist schon, dass dieses Kind jetzt lebt, das ist schon mal ein Geschenk. Und dass dieses Kind so lebt, wie es lebt. Mit so einer Lebensfreude, mit so einer Resilienz. Also nicht nur seelisch, sondern auch so körperlich irgendwie und einfach so mit so einem Glück einfach einem entgegengelaufen kommt und so den Schalk im Nacken sitzen hat und einfach so eine Stärke irgendwie schon hat mit ihren gerade zwei Jahren. Das ist, das ist was, wo ich so gedacht habe, das war Gott, der das geschenkt hat halt einfach. Und ich bin nicht so ein Typ für vier Beten hilft für große Taten Gottes. Ich glaube, Gott hört mich auf, wenn ich alleine bete. Aber an der Stelle habe ich so gedacht, boah, ey, wir haben halt wirklich eine Beerdigung geplant. Und dann, jetzt haben wir dieses kleine Powerknäuel da sitzen. Das war, da ist mir ganz klar geworden, okay, Gott wirkt halt. Ihr habt eine Beerdigung geplant und jetzt tanzt ihr auf den Gräbern gewissermaßen. Ja, die tanzt auch auf dem Küchentisch, aber wie. Wahnsinn. Ich glaube, das Gebet hilft einem hinterher, das auch als Wirken Gottes wahrzunehmen. Ja. Also, wenn du vorher nicht drum gebetet hast, dann kommst du vielleicht nicht auf die Idee, dass es doch gut gewesen sein könnte. Ja. Könnte ich mir vorstellen zumindestens. Also, ich habe das auch regelmäßig. Also, wenn man so, wie soll ich sagen, wenn man so Verantwortung trägt dann irgendwie für Menschen und auch im Beruf und so, es gibt ja schon sehr ausfordernde Situationen. Und ich bete oft darum, dass mir was geschenkt wird oder uns als kreative Kirche was geschenkt wird und so. Und ich hatte heute noch so eine Situation im Büro, wo dann, ja, eine Spende kam, eine große Spende irgendwie, auf die wir auch gewartet haben und so. Und das ist dann schon auch ein Geschenk. Also, die ist jetzt nicht so existenziell natürlich. Geht halt um ein bestimmtes Projekt, was wir dann nur damit umsetzen können und so. Und das ist schon dann auch besonders. Aber deswegen glaube ich schon, also Gott wirkt in unserem Leben. Da gehe ich fest von aus. Also, das ist für mich... Ja, an den Stellen, also genau, manchmal merkt man dann halt so, ja, das ist jetzt halt, das ist der richtige Weg. Und manchmal wird einem dann einfach auch so ganz deutlich, wie Gott so sagt, du Kleingläubige. So, ich habe dir gesagt, dass das werden wird irgendwie und ich schicke dir hier ein Zeichen irgendwie und, ja, ob das jetzt durch eine große Spende ist oder durch ein lebendiges Kind, da liegen natürlich Welten zwischen irgendwie, aber es ist halt, dass das Gefühl bleibt halt irgendwie, er wirkt halt vor allen Dingen irgendwie. Es sind nicht nur Gefühle, die da irgendwie eine Rolle spielen, finde ich, oder Erscheinungen oder das Gefühl, dass er neben mir steht. Und gleichzeitig an dem Punkt finde ich auch manchmal, wenn ich das nicht erlebe, so ist dann der Umkehrschluss, dass Gott in meinem Leben nicht wirkt. Weißt du, was ich meine? Ja, also bei mir ist es so, wenn es sich nicht fügt, wenn es nicht irgendwie leichter wird, wenn nicht Türen geöffnet werden, dann gehe ich davon aus, dass Gott das auch nicht will. So, ne? Ja. Also das ist schon immer so, dass ich, also Jesus sagt ja aber nicht mein, sondern dein Wille geschehen, ne? Und das finde ich, das muss man im Gebet immer realistischerweise mit einplanen. Und dann ist es auch für mich persönlich auch okay. Genau, weil ich dann auch, also, also, wäre jetzt zum Beispiel diese Spende nicht gekommen, dann wäre vielleicht klar gewesen, okay, ja, alles klar, dann soll das vielleicht nicht sein, dann müssen wir vielleicht dieses Projekt anders denken, dann müssen wir da vielleicht auf dem Holzweg, ne? An so einer Stelle ist das vielleicht harter so zu denken, aber irgendwie machbar. Anders ist das mit einem Kind, was nicht geboren wird, ne? Also so, da dann zu sagen, okay, dann soll es nicht sein, das ist, also das ist hart, aber ich kann dir nur sagen, so wie es uns, wie es mir da in dieser Situation ging. Wir wussten trotzdem in dieser Situation, selbst wenn das jetzt wirklich das Worst-Case-Szenario wird und wir hier wirklich demnächst eine Beerdigung stattfinden lassen müssen, dann sind wir trotzdem von Gott getragen. So, und dann ist das nicht unbedingt sein, sein Wille, dass dieses Kind nicht zur Welt kommt, aber dann kann er das vielleicht gerade nicht verhindern, so. Amen. Lass mir das mal so stehen. Ich möchte nämlich noch zur vierten Stufe kommen und mein Kaffee schon leer. Ah, das ist schwierig. Die vierte Stufe des Gottesbegegnungsstufenmodell nach Matze und Julia ist die Erscheinung. Ja, das ist das passende Ding. Das ist die Stufe, über die es am schwersten ist zu reden, weil es am ehesten so ein Gefühl von, der hat sie nicht alle, die hat sie nicht alle erzeugen kann. Und trotzdem war es mir wichtig, weil ich der Meinung bin, dass Gott zu treffen ist schon realistisch, aber es muss nicht immer in realistischer Art und Weise passieren. Sondern es kann auch in Träumen passieren und auch in Arten und Weisen, die größer sind, als wir so fassen können. Also ich will jetzt nicht so esoterisch klingen, aber Paulus hat ja sein Berufungserlebnis auf dem Weg nach Damaskus, sodass er eine Erscheinung hat und was hört. Beziehungsweise in der anderen Erzählung heißt es nur, dass er was gehört hat. Aber ich habe es auch schon erlebt, zweimal in meinem Leben und ich sage, das ist genauso von der Art her, wie das bei Paulus aufgeschrieben ist. Willst du das nicht erzählen? Jetzt habe ich mich geoutet. Nee, will ich nicht erzählen. Nee, willst du nicht erzählen. Kann ich nicht. Ich bin nicht so weit. Das ist schon Jahre her. Ich kann es nur im Ganzen. Also öffentlich geht das nicht. Okay. Das kann ich nicht. Aber es ist so, dass man weiß, jetzt passiert es. Ich finde das mega spannend. Also ich glaube, ich bin noch nicht an dieser Stufe 4 gewesen. Weiß ich nicht, vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ja du, der oder die du uns zuhörst. Ja. Das ist generell mal eine Frage. Also ich fände das mega interessiert. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr irgendwie eine dieser vier Stufen, die wir euch jetzt vorgestellt haben? Gott begegnen in der Liebe zu Menschen oder mit Menschen oder von Menschen. Gott in seiner Nähe begegnen. Im Gottesdienst, in Musik. In der Natur. In der Natur, ganz wichtig für Herrn Kleibömer. Ja. Gott begegnen in seinem Wirken. Oder halt in einer Art Erscheinung. Das würde uns sehr interessieren. Schreibt das doch mal in die Kommentare. Können wir uns mal darüber austauschen. Ich glaube, wir sind, also ich bin nicht die Einzige, die nicht so oft so eine Erscheinung hat. Aber ich bin sehr darauf gespannt, wie ihr Gott am meisten erlebt. Und wie viele Leute wirklich hier Gott in der Natur erleben. Also jetzt mal ganz ehrlich. Realistisch. Also ich wollte mal sagen, so zur Entlastung. Also ich glaube ja, dass Gott grundsätzlich frei ist in dem, wie er sich zeigt. Dass das gar nicht verfügbar ist. Und ich weiß, dass du das auch glaubst. Und wenn sich das nicht so ereignet, wie man es gerne hätte, dann ist das nichts, wo man selber einen Fehler gemacht hat. Oder wo man versagt hat. Oder wo man nicht genug dies oder nicht genug das gemacht hat. Sondern es ist einfach die ganz normale Erfahrung von Menschen, die gläubig sind, dass es Krisen gibt. Dass Gott sich nicht zeigt. Dass man fragt und keine Antwort bekommt. Richtig. Oder? Ja, absolut. Johannes hatte das doch auch mal in dem April nicht gesagt. Dieses ganze Ding von das Gefühl haben, von Gott muss jetzt irgendwie eingreifen und ich muss jetzt ein krasses Wunder erleben und so. Wir lesen davon in der Bibel, wir lesen die Wirkungsgeschichten und sowas und denken so, ja klar, eigentlich müsste jetzt heute hier irgendwie ein Gelehnter durchs Dach gebiebt werden. Und morgen muss eine Blinde irgendwie geheilt werden. Warum passiert mir das eigentlich nicht? Aber das ist once in a lifetime in diesen ganzen Lebensgeschichten und vielleicht passiert das auch nicht jeden Tag einfach. Genau, also man darf sich nicht der Fantasien geben, dass alles, was in der Bibel steht, sich in einem kleinen Leben auch ereignen muss. Genau, das sind so once in a lifetime Dinge. Deswegen habe ich ja auch gesagt, ich habe das zweimal so krass erlebt und ich rechne eigentlich damit, dass es mir nicht nochmal passiert im Moment. Du bist ja auch schon 50, muss man ja auch mal sagen. Ich bin nicht 50, Julia, ich bin 47, was ein großer Unterschied ist. Und ja, man kann auch Gott erleben im Laufe der Jahre. Deswegen bin ich froh, dass ich diese Jahre auf dem Buckel habe. Und Lebenserfahrung, liebe Julia, ist auch ein großer Wert an sich. Ich sage dir immer, ich bin froh, wenn ich... Du bist ja auch schon 30. 25 immer. So, jetzt sind wir bei einem ganz anderen Thema gelandet. Ja. Ich fand, das war eine leckere Tasse Kaffee und freue mich, dass wir uns über das Gottesbegegnungsstufenmodell nochmal zu Julia unterhalten konnten. Ja. Im neuen Podcast-Format Auf den Kaffee. Und ich danke dir, dass du dabei gewesen bist und ich hoffe, dass wir uns bei einer der vielen Gelegenheiten bei einer der Veranstaltungen der Kreativen Kirche sehen. Ansonsten abonniere unseren Kanal, falls die Plattform, auf der du das hörst, das möglich macht. Und dann sehen wir uns alle zwei Wochen wieder oder hören uns beim Podcast Auf den Kaffee. Danke, dass du dabei gewesen bist. Tschüss.